Guten Tag, liebe Zuschauer hier auf Hallo Meinung. Mein Name ist Elmar Gerke, ich bin Politikkolumnist aus der wunderschönen Barockstadt Dresden. Nein, nicht Kommunist, weil Kommunisten, das sind ja genau die, mit denen die Thüringer CDU jetzt am liebsten sofort ins Bett steigen würde. Gut, das kann man ein Stückchen weit ja auch ganz gut verstehen, die CDU, die hat ja in den letzten Jahren die SPD quasi links überholt, mit Überlichtgeschwindigkeit. Und da kann man schon mal vergessen, dass man die potenziellen Mitgenossen einer Koalition für gut dotierte Posten, dass man die bis vor wenigen Jahren noch bekämpft hat und zwar als rote Socken. Und da stellt sich mir gleich die weitere Frage, wofür steht eigentlich in der CDU noch das C und das D? Weil in einem Verein, der eine ehemalige FDJ-Sekretärin zehn Minuten lang frenetisch bejubelt, sodass selbst der Dicke Kim aus Nordkorea neidisch werden würde, da fragt sich wirklich, was ist dort noch demokratisch oder gar christlich? Ja, ich gebe es zu, ich komme ja direkt aus dem Herzen des Frauenflecks, so zumindestens belieben, einige der Qualitätsmedien unseren Freistaat Sachsen zu titulieren. Gut, offenbar leiden die ja unter irgendwelcher kollektiven Farbenplindheit, weil wenn es bei uns in Sachsen eine Farbe gibt, dann ist es blau. Und einige von Ihnen, die kennen mich ja schon von meiner Facebook-Seite Post von Gerke, wo ich versuche, die aktuellen politischen Ereignisse oder sagen wir mal besser politischen Verrücktheiten, mit Ironie, Sarkasmus, ein bisschen Witz und auch manchmal Zynismus zu kommentieren. Aber die Schuld daran, weshalb Sie mich jetzt hier in bewegten Bildern ertragen müssen, die liegt einzig und allein bei Peter Weber. Weil der fragte mich nämlich kürzlich, ob es nicht irgendein Thema gibt, was mir so sehr am Herzen liegt, dass ich es mit Ihnen, den Zuschauern hier beim Bürgerforum als Videobeitrag teilen möchte. Und ja, da gibt es ein Thema, das brennt mir unter den Nägeln. Das ist doch ein Thema, das geht eigentlich jeden Bürger in unserem Land an, egal welcher politischen Ausrichtung er jetzt angehören mag. Und zwar sind das die drei Farben, die unser Grundgesetz in Artikel 22 definiert. Schwarz, Rot, Gold. Und liebe Zuschauer, mir ist da aufgefallen, in den USA, da sieht man das Sternenbauer ja nicht nur in öffentlichen Gebäuden, das ist da ganz selbstverständlich. Nein, es ist auch ganz selbstverständlich, das an Privathäusern, privaten Grundstücken zu hissen. Im Gegensatz dazu in Deutschland, da glaube ich, viele Leute schämen sich da regelrecht für ihre eigenen Farben, die Farben unseres Landes. Und ich meine damit nicht nur Menschen vom Schlag an der Claudia Roth, wobei der ihre einzige Qualifikation als Bundestagsvizepräsidentin scheint ja auch zu sein, bei einer Antifa-Demo mitzulaufen, wo der schwarze Block mit dabei ist und wo dann Deutschland verreggeskandiert wird. Nein, immer mehr Menschen, die scheinen wirklich Angst zu haben, unsere Farben zu zeigen, Angst davor, vor links-grünen Meinungsfaschisten als Nazis diffamiert und gebrannt zu werden. Und da gibt es ein ganz einfaches Beispiel aus meiner Heimatstadt hier. In Dresden lag mal hinter einem Polizeiwagen, hinter der Frontscheibe lag da ein schwarz-rot-goldnes-Fähnchen. Da hat die Presse sofort einen riesengroßen Skandaltraum gemacht. Und es ist ja auch wirklich unglaublich, muss ich dir mal vorstellen, die deutsche Fahne in einem deutschen Polizeifahrzeug, ein unglaublicher Skandal, unerhört. Ja, und weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass Ihnen dieses Thema auch so sehr am Herzen liegt für mich, wie mir selbst. Da habe ich jetzt eigens hier für Peter Webers Bürgerforum eine neue Kolumne geschrieben. Die trägt den Titel Liebe Deutschlandflagge. Er hat jetzt hier und heute Premiere und ich habe die Ehre, diese Ihnen vortragen zu dürfen. Liebe Deutschlandflagge, noch beim Sommermärchen 2006 durften wir dich begeistert schwenken. Völlig ungezwungen fröhlich im Geiste eines neuen Patriotismus, um den uns alle beneideten. Ganz Deutschland einig schwarz-rot-goldnes Fahnenmeer, wo im Fennmein Freudentaume ein unglaubliches Wirrgefühl erstarkte. Eine ganze Nation feierte ihre Weltmeister der Herzen. Damals undenkbar, die Umbenennung der DFB-Elf in ein identitäts- und emotionsloses Die-Mannschaft. Böse Zungen behaupten, ein erneuter Namensweckel stände kurz bevor, als Symbol für das neue Deutschland. Die Migrantschaft. Mit Langzeitwirkung glänzte auch der 2006er Slogan Die Welt zu Gast bei Freunden. Denn allein 2015 kamen nach diesem Motto über eine Million Schlachtenbundler ins gelobte Land. Darunter viele Amateur-Wassersportler, unter anderem Schlauchboot-Roderer. Aber die Dämonisierung von schwarz-rot-gold, die begann bereits 2013, als eine Hosenanzugstragende Staatsratsvorsitzende ein deutsches Fähnchen verächtlich in die Ecke warf. Durch dieses höchststaatliche Vorbild und ihren antideutschen Umtrieben bestärkt, fordert die Grünen bereits zur EM 2016 ein Flaggenverbot. Und die Nachwuchsorganisation dieser Kobold-Partei, die Grüne Jugend, die brüstete sich ja auch schon mal mit einem Foto dreier Grünaktivisten, die anscheinend auf eine im Dreck liegende Deutschlandflagge urinierten. Und auch die Dresdner Dynamo-Bosse, die handelten wahrscheinlich schon nach der Revise Habeck Befehl, wie er folgen, als sie kürzlich im Stadion die deutschen Fahnen verboten. Aber gleichzeitig nie wieder Deutschlandgesänge duldeten. Auch bei der von Parteien, Kirchen und Gewerkschaften unterstützten Unteilbar-Demo, da war die deutsche Fahne ausdrücklich nicht erwünscht. Türkische Fahnen durften hingegen fröhlich geschwenkt werden. Hat man jetzt die Osmanenflagge, auch außerhalb vom Kalifat NRW, bereits zum offiziellen deutschen Nationalsymbol erklärt? Meiner Meinung nach begehen Politiker, die die Fahne ihres Vaterlandes meiden wie der Teufel das Weihwasser, Verrat am eigenen Volk. So einfach ist das. Ja, liebe Zuschauer, falls Sie jetzt immer noch nicht genug haben, dann finden Sie auf meiner Facebook-Seite Post von Gerge weitere bitterböse Politikkolumnen. Diesmal aber zum Selberlesen, ich kann ja nicht immer den Vorleser geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ihr Elmar Gerge Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.